Es wäre schön, wenn da Jäger kommen und unser erster Kill. Warte, jetzt habe ich mich gerade erst mal erst hingesetzt. Das ist ein Wasserzeugzeug. Kommt Keimer. Da haben wir Schüsse hin. Okay. Oh, fahren wir hinten auch. Geradeaus auch. Wann? Ja. Lass sie gerne reden. Oh, ja. Das Ballort überall. Oh. 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 Ach Mist. Was denn? Ich habe auch nicht aufgepasst. Irgendwo habe ich jetzt Pferd gehört. Wieso Gefängnis oder Pferd? Gefängnisse? Ja. Ah, hier waren welche schon. Oh, dahinter habe ich was gehört, oder? Da hat einer gekämpft. Okay. Der Getreide-Modell ist sowas. Oh ja. Ob die sind hier drin? Ja. Ja. Warte, hier hat er nichts was. Hm. Was wollte der denn? Oh. Der ist nichts da hinten. Scheiße, der hat mich umgelegt. Mit einem Spektor. Boah, ich habe ihn erwischt, aber der hat mich auch noch ganz schön erwischt. Ah, du hast einen Omini, das ist ja schön. Cool. Der hat mich auch den letzten Ball noch runtergelegt. Hui. Ah, ich kriege Gesundheit, wenn ich Jäger loote. Das ist ja cool. Hm. Schön. Nein, ich brauche jetzt nur die Kette. Ich brauche Munition. Das ist es. Unten stand ja noch welcher. Hm. Hm. Junge, Phantomas. Ist das Kinder oder was? Ne, dieser Typ hier, dieser Zombie, sah aus wie Phantomas. Klatze, so kaltes, kahles Gesicht. Oh, ich habe die Matte. Und die drei Dämonen. Aha. Ah, da draußen rinnt einer. Ah, nee, das ist ein Grund. Schade. Ja, der Grund haut außen gegen die Wand. Schießen auf den Bus. Oh, der hat mich... Oh, der hat mich einmal getroffen. Darauf die haben wir fallen aufgestellt. Ich habe da auf der Seite am Fenster. Okay. So, wartet, Sportfreund, jetzt gibt es eine Überraschung. Hier ist mein Dynamit rein. Geil, Leon, die Tür ist aufgehoben. Du hast einen getroffen. Er ist da oben. Ich habe einen. Ich habe halt auch gleichzeitig auf den geschossen. Der andere ist auch oben. Oh, der hat mich umgeniedert, Alter. Scheiße. Der hat von hinten bis vor zum Tor geschossen. Oh, shit. Nein. Stoppen, 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 stoppen. Nein. Alter. Das hat mich voll in Panik versetzt. Mann, warum? Weil der Trost noch im Grund war. Warum bist du überhaupt zum Fenster rausgesprungen? Weil was geworfen wird. Wirst du rüber auf die andere Seite gerannt? Das stimmt. Fällt die Panik, Alter. Was? Mit der Wetterliehe. So. Das ist das predictable. Gut schätze. Untertitelung des ZDF, 2020